So, liebe Pink, ich weiß ja, du verpasst keine Sendung Voice Kids. Und wenn du jetzt deinen Song hörst, dann irrst du mit den Ohren schlackern, bis du ablebst. Viel Spaß mit Eva! Hier kommt Lazarus! Und Tereza! Oh, 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 oh. We are searchlights we can see in the dark We are rockets going up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken, happy ever after? What about us? What about all the plans and energy that's stuck? What about love? What about trust? What about us? What about us? Sticks and stones, they may break these bones But then Are you ready? I'll be ready It's the start of us waking up, come on Are you ready? I'll be ready I don't want control I want to let go Are you ready? I'll be ready Now it's time to let them know What about What about What about What about What about all the times you said you had the answer? Oh What about all the broken, happy ever after? Oh Oh What about 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 Was ist mit euch los? Oh Gott, da seid ihr so erleichtert. Super! Ich will gleich mitkommen, wir müssen einmal kurz. Ihr habt auch geweint. Also mir war gar nicht nach weinen hinter der Bühne, ich habe euch voll gefeiert. Was ist denn los, was geht denn in euch vor? Seid ihr so erleichtert oder was ist los? Es war so wunderschön. Es war zu schön. Es ist einfach... Nein, ich kann nicht. Ja, da muss ich gleich wieder mitflennen hier. Was soll das denn? Aber das war einfach echt magisch gerade auf der Bühne und ich freue mich total. Super gemacht. Ohne Scheiß, ich habe auch sofort mit geflennt, weil ihr habt einfach gerade eine unglaubliche Energie gehabt. Und man hat, wenn ich darüber rede, fange ich schon wieder an zu heulen. Was ihr sozusagen uns gerade geschenkt habt, ist eure Liebe zur Musik und eure Freude. Und es ist einfach, wow, unglaublich. Hammer. Dankeschön. Dankeschön. Ja, tatsächlich seid ihr wirklich ein sehr gutes Team. Man hat gemerkt, dass ihr echt viel Spaß habt und so. Ich finde es ein extrem schwerer Song. Und ich finde, am besten hat es Lazarus gemacht heute. Dankeschön. Oh mein Gott. Wir haben ja auch über den Text geredet, was der Song aussagt. Dass ihr ja auch mit einer Botschaft hier hochgeht. Dass Pink ja auch eine Frau ist, die sich auch traut, Sachen zu sagen, weißt du. Und ihr standet hier und ich habe das gespürt, dass ihr gesagt habt, ey, wir müssen da mal gucken, was da draußen passiert. Wir müssen aufstehen und wir müssen bereit dafür sein. Und das habt ihr alle drei so gefühlt und ich habe das gemerkt, dass ihr euch das auf die Fahne geschrieben habt. Und Eva, du bist einfach so hardworking bei jedem Coaching. Hast du 100 Prozent gegeben. Da kann ich dir echt nur Danke sagen. Es macht echt Spaß mit dir. Ich danke dir. Dankeschön. Teresa, bei dir war es wirklich so. Ich finde, du hast die größte Entwicklung von den Blinds bisher hergenommen. Du hast es hier trotz der ganzen Aufregung und trotz der Leute super gemacht, da kontrolliert zu bleiben. Spaß zu haben. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Ehrlich. Dankeschön. Lata. Du bist, muss man auch sagen, ein kleines Naturtalent. Du machst das einfach aus dem Bauch heraus. Und das Schöne ist, du hörst halt auch den Mädels so gerne zu. Und das macht dich aber auch aus. Und das gilt wirklich für euch drei, dass ihr solche Teamplayer seid. Ihr habt dasselbe Armband am Arm. Das ist euer Teamzeichen. Ihr seid hier heute hochgegangen, weil ihr das Ding zusammen macht. Und das ist echt... Da bin ich stolz drauf, dass ihr im Team Stefanie seid. Das ist echt cool. Tja. Wie willst du dich jetzt entscheiden? Es ist bei euch wirklich sehr, sehr schwer, weil ihr so ein starkes Team seid. Weil ihr drei sehr starke Stimmen seid. Weil ihr so viel ausstrahlt auf der Bühne. Und ihr bleibt das Team, egal wie ich mich entscheide, das weiß ich. Und ich würde gerne mit dem Talent gehen, wo ich... Wo ich gerne noch ein bisschen rauskitzeln wollte, ob da nicht bloß das Bauchgefühl da ist. KOLN